moin liebe leute da ist er wieder am start nach einer woche tut mir leid dass so lange pause war ich war im urlaub konnte diesbezüglich natürlich keine videos machen ja sehr cool gewesen ich war in türkei in antaglia war schön schönes land muss ich dazu sagen türken mag ich auch sehr gerne aber das wisst ihr bestimmt ja wie gesagt da bin ich wieder werden wieder regelmäßige videos geladen ja heute machen wir ein bisschen triple chance 20 fach natürlich 20 fach weil hochspielen bringt ja nichts wisst ihr selber am automaten hochspielen bringt nur online was nein sage ich euch ehrlich da auch nicht steck ihn rein lass es sein ein 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 Oh! Da kommt ja mal wieder überhaupt nichts. Da kommt ja mal wieder nichts. Da kommt ja mal wieder nichts. Sache mal. Einige denken sich wahrscheinlich jetzt gerade so, ach Mensch, du kriegst genauso viel wie ich. Du hast genauso viel verdient wie ich, nämlich überhaupt nicht Gewinne zu kriegen. Ja, es ist wirklich so mittlerweile, man bekommt keine Gewinne mehr. Guckt ihr euch das mal an. Gibt's nix. 1,60, 2,40 weg. Vorher gesehen. Echt. Es ist... Tja. Wie gesagt. Genau. Nex. 3,20 macht der 2,40, 0. Sehr schön. Ach ey, bitte dich. Ja, ja, ja. Ve'n. Fertig. Tja. Tja. Ein Fettig. Hilft ja nix Leute, ich butter nochmal ein Zwanziger. Jo Leute, wie versprochen habe ich euch nochmal einen zweiten Hook geladen. Jetzt machen wir mal ein bisschen Ei auf Anus. Zehn Linien, zwanzigfach, was kommt, das kommt, was nicht, das nicht, du. Ach komm, Rollustart. Schrauben wir mal. Vielleicht gibt es ja mal ein bisschen was. Geben, Dreistinger, also weggehauen. Ich bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja auch ordentliche Freispiele oder was. Ein bisschen was machen da, Mensch, gibt es ja nicht. Jo, ja, ja, war ja klar. Ach, ich legst mich da am Arsch, Mann. Das war's für heute. Er möchte nicht. Na, dann hoffen wir mal, dass jetzt mal ein bisschen was passiert, wa? Oh, Stördrücke. Och, schade. Da, 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 da. Ja. Nee, oder? Das war's doch nicht jetzt schon wieder. Hm. Oh, iPhone. Schau dich, schau dich. Nichts. Schau dich, schau dich. Ja. Ja. Mal gucken, was es jetzt gibt. Ja, war das schon Big Win oder was? Ja. 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 Da haben wir 13 draus gemacht. So, ein, so, oh nein, runtergestellt, um die da drinnen, das ist doch immer dasselbe. Ja, bitte dich. Ich wollte eigentlich gerade auf 80 verstellen. Na gut. Schauen wir mal, was Chance für uns hat, wa? Ja, das kann doch wieder mal nicht sein Ernst sein hier. Oh, ich bitte dich, Mann, was ist das denn, 80 Cent. Ach, Schöne. Ja, 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 ja. Ach, Schöne. Ach, Schöne, nee. Ach, Schöne, nee. Ach, Schöne, nee. Ach, Schöne. Tschöne. das kommt hier nicht mal gespannt ich denke nicht hmm das war's leute naja bis zum nächsten mal checkt aus